Ich heiße Paul Woods. Ich komme aus London, England. Ich wohne seit 1992 in Berlin. Erst Prenzlauberg, später Mitte. Ich bin noch hier als Künstler und Galerist für dieses Projekt seit Juli 2007 in den Wallywoods Räumen im Kulturhaus PTE. Seit zwei Jahren machen wir eine Reihe von inzwischen ganz viele Events, von Vernissagen, zum Kiddiespartys, zum privater Partys, Neulich.